Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, heute gibt es die Funke Condor, das sind riesige Feuervögel mit verschiedenen Farben und am Zenit an der maximalen Steighöhe gibt es dann noch einen schönen Auswurf, seid gespannt. Leider hat sich der eine schon selbst mit entzündet, deswegen hier gleich noch einen. In jeder Pauke sind natürlich zwei Stück drin, deswegen gibt es jetzt nochmal welche. So, jetzt gibt es noch einen Condor Rot und hier diesen Blau-Gelben. So und jetzt noch den letzten. Jetzt wie immer am Ende des Videos meine Einschätzung noch. Also Funke Condor ist wirklich sehr sehr empfehlenswert. Hier gibt es sechs Feuervögel mit zwei verschiedenen Effekten, also wirklich wirklich sehr empfehlenswert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020